Heute geht es mal wieder um Rundfunktechnik. Wir vergleichen zwei verschiedene Empfängerkonzepte miteinander, den Geradeaus-Empfänger und den Überlagerungsempfänger, besser bekannt als Superheterodyne-Empfänger oder kurz Superhead. Wie funktioniert das Superhead-Prinzip und warum macht es Sinn, einen auf den ersten Blick höheren technischen Aufwand zu treiben? Wieder mal herzlich willkommen. Bevor wir uns mit dem Superhead-Prinzip beschäftigen, sehen wir uns zunächst mal den Aufbau der ersten Rundfunkempfänger an. Auf die Empfangsantenne folgt der Eingangsschwingkreis, der aus dem Wellensalat einen bestimmten Sender so gut wie möglich herausfiltert. Zur Verbesserung der Empfangsempfindlichkeit kann man das Signal dann in einen Hochfrequenzverstärker leiten. Danach wird demoduliert und anschließend die Niederfrequenz noch mal verstärkt. Da das Signal ohne Umwege und ohne Veränderung die einzelnen Empfängerstufen durchläuft, spricht man von einem Geradeaus-Empfänger. Der technische Aufwand hält sich in Grenzen. Um die Empfänger zu klassifizieren, benutzte man auch Bezeichnungen wie zum Beispiel 0V1. Die erste Zahl gibt die Anzahl der Hochfrequenzverstärkerstufen an. Das V steht für Ventil, also den Gleichrichter und die hintere Zahl steht für die Niederfrequenzverstärkerstufen. Allerdings muss nicht immer eine höhere Anzahl von Elementen zwangsläufig auch für bessere Qualität stehen. Später bewahrt man Empfänger gern mit der Zahl der verbauten Röhren oder Transistoren. Das war zu einer Zeit, als die noch recht teuer waren. Wahrscheinlich wollte man so die Preise der Geräte rechtfertigen. Üblich war auch die Angabe der Schwingkreise im Gerät. Ein 8-Kreiser muss ja besser sein als ein 6-Kreiser. Wenn er richtig aufgebaut und abgeglichen ist, stimmt das normalerweise auch. Aber auch hier ist Quantität nicht gleich Qualität. Ein einfacher Detektorempfänger, womit früher wohl jeder Bastler mal angefangen hat, ist dann nach dieser Bezeichnung ein 0V0, denn er hatte noch keinen Verstärker und lief auch ohne zusätzliche Spannungsversorgung. Warum war es jetzt notwendig, neue Empfangstechniken zu entwickeln? Mit anderen Worten, wo sind die Grenzen und Nachteile des Geradeaus-Empfängers? Als sich der Rundfunk noch im Lang- und Mittelwellenbereich abspielte, erreichte man mit Geradeaus-Empfängern noch akzeptable Ergebnisse. Mit zunehmender Frequenz sind spezielle hochfrequenztaugliche Bauelemente notwendig, um noch eine ausreichende Verstärkung zu bekommen. Außerdem ist die Bandbreite von Schwingkreisen frequenzabhängig und es ist schwierig, für hohe Frequenzen Filter mit ausreichend hoher Trennscharfe zu konstruieren. Selbst innerhalb eines Frequenzbandes steigt die Bandbreite mit der Empfangsfrequenz. Gerade im Kurzwellen- und oberen Mittelwellenbereich nahm in den Abendstunden die Senderdichte stark zu und die Empfänger waren nicht mehr trennscharf genug. Man versuchte das mit zusätzlichen Filtern zu verbessern, allerdings müssen die dann gleichzeitig immer genau auf die gleiche Frequenz abgestimmt werden. Schon leichte Abweichungen können zunichte machen, was man eigentlich erreichen will, nämlich die Empfindlichkeit und Trennscharfe zu verbessern. Bei noch mehr Kreisen ist ein Gleichlauf praktisch nicht mehr erreichbar. Der Aufwand in so einem Geradeaus-Empfänger kann schnell mal die gleichen Ausmaße annehmen wie beim Superhead. Das verstärkte Hochfrequenz-Signal, das ja immer noch die Empfangsfrequenz hat, kann auf die Antenne zurückwirken, wodurch es leicht zur Rückkopplung kommen kann, was zusätzlichen Aufwand für die Abschirmung bedeutet. Wie kann man diese Nachteile möglichst umgehen? Im Superhead wird die Empfangsfrequenz nach dem Eingangskreis in eine niedrigere, feste Frequenz umgesetzt, die sogenannte Zwischenfrequenz. Dazu wird das Eingangssignal mit einer Oszillatorfrequenz überlagert, die um den Betrag der Zwischenfrequenz höher liegt, die dann als Differenz aus beiden Frequenzen entsteht. Wer das Prinzip der Frequenzmischung verstehen möchte, kann sich dazu noch mal das Video zur Amplitudenmodulation ansehen. Das folgende Zwischenfrequenzfilter lässt nur diese Frequenz durch. Durch die jetzt kleinere Frequenz ist es einfacher, Filter mit hoher Trennschärfe zu realisieren und eine gute Verstärkung im folgenden Zwischenfrequenzverstärker. Außerdem können auch mehrere Filter hintereinander geschaltet werden, da diese ja jetzt einmalig auf eine feste Frequenz abgeglichen werden können. Prinzipiell ist jede Zwischenfrequenz möglich. Es macht aber Sinn, sich auf bestimmte Frequenzen zu einigen. So können dann industriell hochwertige Filter in großen Stückzahlen produziert werden. Man kann auch passende mechanische Filter, also Quarz- oder Oberflächenwellenfilter herstellen, die eine steilere Filterkennlinie haben und meist kleiner sind als Schwingkreise. Und man kann dafür sorgen, dass diese Frequenzen freigehalten werden, da Sender auf diesen Frequenzen in den Zwischenfrequenzverstärker hineinstören können. Beim AM-Rundfunk, also Lang-, Mittel- und Kurzwelle, ist eine Zwischenfrequenz von 455 bis 460 Kilohertz üblich. Beim UKW-Rundfunk 10,7 Megahertz und beim analogen Fernsehen lag die Zwischenfrequenz des Bildsignals bei 35 Megahertz. Machen wir das Prinzip nochmal an einem Beispiel deutlich. Wir wollen einen Mittelwellensender auf 1000 Kilohertz empfangen. Dazu muss der Oszillator auf 1455 Kilohertz eingestellt werden. Die Differenz, 455 Kilohertz, geht auf den Zwischenfrequenzverstärker. Ein Sender auf 800 Kilohertz würde eine Differenzfrequenz von 655 Kilohertz ergeben und vom Zwischenfrequenzfilter unterdrückt werden. Um den zu empfangen, müssten wir die Oszillatorfrequenz auf 1255 Kilohertz ändern. Jetzt kommt der Sender auf 1000 Kilohertz nicht mehr durch, denn die Differenz ist nur noch 255 Kilohertz und die wird vom Zwischenfrequenzfilter geblockt. Wozu braucht man dann eigentlich noch den Eingangskreis? Es reicht doch, die Oszillatorfrequenz abzustimmen. Das Problem ist, dass ein Sender mit einer Frequenz von 455 Kilohertz oberhalb der Oszillatorfrequenz, also auf 1710 Kilohertz, auch eine Zwischenfrequenz von 455 Kilohertz erzeugt. Darum braucht man den Eingangskreis zur Vorselektion, um den Sender auf der sogenannten Spiegelfrequenz von vornherein zu unterdrücken und nicht auf den Mischer gelangen zu lassen. Beide Schwingkreise werden gemeinsam abgestimmt. Dazu benutzt man üblicherweise solche Doppeldrehkondensatoren mit zwei Plattenpaketen auf einer gemeinsamen Achse. Die Spiegelfrequenz ist auch der Grund, warum die Zwischenfrequenz nicht beliebig klein gemacht werden kann. Je niedriger die Zwischenfrequenz, desto enger liegen Empfangs- und Spiegelfrequenz beieinander und umso schwieriger ist es, die Spiegelfrequenz zu unterdrücken. Um das Problem besser in den Griff zu bekommen, entwickelte man vor allem für den Kurzwellenbereich sogenannte Mehrfach-Super, die mit mehreren Zwischenfrequenzen arbeiten. Im ersten Schritt wählt man eine noch recht hohe Zwischenfrequenz, wodurch die Spiegelfrequenz einfacher zu unterdrücken ist. Erst im nächsten Schritt setzt man dann das Signal in einem weiteren Mischer auf eine niedrigere Zwischenfrequenz herunter. Also auch der Superhead-Empfänger hat seine Probleme. Vor allem dadurch, dass unerwünschte Mischprodukte entstehen können und die Oszillatoren können abstrahlen und dadurch andere Empfänger in der Nähe stören. Mit der integrierten Schaltungstechnik wurde der Aufwand für den Super leicht beherrschbar und so setzte sich dieses Empfangsprinzip durch. Bevor jetzt einige wieder meinen, das ist Technik von gestern und wird uns bald nicht mehr beschäftigen. Mag sein. Man sollte aber mal den Geist etwas öffnen und nicht durch Schollklappen nur in Richtung Rundfunktechnik starren. Es geht darum, das Prinzip zu verstehen, um es vielleicht später mal in einem ganz anderen Zusammenhang zu verwenden. Wer vielleicht vorhat, alte Rundfunkgeräte zu restaurieren oder reparieren, sollte das Superhead-Prinzip verstanden haben. Unqualifiziertes Herumschrauben an Filtern oder wahlloses Austauschen von Bauelementen führt uns schnell dazu, dass gar nichts mehr geht. Ich hoffe, ich konnte das Thema einigermaßen verständlich rüberbringen und bin gespannt auf eure Meinung. Bis neulich.